Meine neueste Entdeckung, die ich mit großem Genuss gelesen habe, ist der Roman von Allie Smith, einer schottischen Autorin, und trägt im Deutschen den merkwürdigen Titel Es hätte mir genauso. Der wirft natürlich schon mal Fragen auf dieser Titel. Worum geht es in dem Buch? Es findet in Greenwich, einem Stadtteil von London, eine Dinnerparty statt. Man trifft sich, man redet über Gott und die Welt, über aktuelle Geschehnisse. Die Menschen sind sehr verschieden am Tisch, und das ist auch gewollt. Jedenfalls einer von ihnen, Miles, steht auf, geht hoch und kommt nicht wieder. Er hat sich im Gästezimmer eingeschlossen. Das wird gar nicht so richtig bemerkt. Man denkt, er ist mal eben zur Toilette gegangen, er kommt aber nicht wieder, bis dann die Gastgeberin selbst am nächsten Morgen bemerkt, die Jacke liegt noch da, er ist noch im Gästezimmer eingeschlossen. Er verlangt schriftlich nach Essen und Trinken. Und man weiß nicht so richtig, was er dort eigentlich treibt, warum er das tut. Man wird dem Ganzen, in der ganzen Geschichte, nicht so richtig auf den Grund kommen. Schön ist aber, dass anhand von vier Menschen, denen Miles in seinem Leben begegnet ist, wird er uns schon etwas näher gebracht. Das Buch ist schon eine Art Gesellschaftssatire. Es geht sehr viel um flüchtige Kommunikation, um Medienhypes. Und diese vier Menschen, denen Miles aber begegnet ist in seinem Leben, das waren mitunter ganz kurze, fast flüchtige Begegnungen, aus denen aber echte Freundschaften entstanden sind. Da haben wir Anna zum Ersten. Die wird gerufen an die Tür, weil ihre Telefonnummer im Handy von Miles ist. Und sie wird als Erste zum Ort der Geschehnisse gerufen, um ihn herauszulocken. Anna und Miles hatten sich in Jugendjahren auf einer Reise kennengelernt, eine Jugendreise durch Europa. Und konnten sich offenbar nie so richtig vergessen, aber hatten auch nicht immer den Kontakt. Aber das ist schön zu sehen, dass eben so eine kurze Begegnung doch eine fürs Leben sein kann. Dann gibt es Mei Yang. Mei Yang ist die Mutter von einer Freundin von Miles, die im Kindesalter verstorben ist. Und Miles geht sie jedes Jahr zum Todestag des Kindes besuchen. Also eine sehr, sehr schöne Tradition sozusagen zwischen den beiden. Dann gibt es Marc. Marc hat Miles überhaupt erst auf diese Dinnerparty mitgenommen. Die beiden sind sich im Theater begegnet, haben einen Abend verbracht in einer Kneipe. Und Marc lud Miles daraufhin zu dieser Dinnerparty ein. Die von den Gastgebern, die sehr konservativ, reaktionär sind, laden ganz bewusst immer so ein paar Exoten ein zu ihren Dinnerpartys, um mal den Horizont zu erweitern. Und so ist also Marc und so ist auch Miles dorthin gekommen. Außerdem gibt es Brooke. Und Brooke ist eine Figur, die mir wirklich sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Es ist ein kleines Mädchen, ein schwarzes Mädchen. Die Eltern sind Akademiker in der Nähe. Sie arbeiten an der Uni und dieses Mädchen sprüht vor Witz, vor Intelligenz. Sie ist überhaupt eigentlich die Klügste in dem ganzen Roman unter den Figuren. Sie stellt immer die richtigen Fragen und hat den Durchblick. Sogar Nick Hornby hat sich schon als Fan von Alice Smith geoutet. Und das passt ganz gut zusammen, weil sie auch so diesen Witz hat und originelle Sprache und absolut im Hier und Jetzt. Also es ist sehr zeitgemäß. Es ist eigentlich wirklich so ein Gesellschaftsbild des heutigen Großbritannien. Das Buch ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ich finde, Alice Smith muss spätestens mit diesem Buch auch in Deutschland entdeckt werden. Das Buch ist auf jeden Fall eine Empfehlung.